Hallo zusammen, mein Name ist Fabien Weiss und normalerweise gebe ich Fitnesskurs in der Sportarena. Aber jetzt ist alles etwas anders. Um euch alle etwas zu motivieren, habe ich euch drei Übungen vorbereitet, die ihr wunderbar im Wohnzimmer durchführen könnt. Die erste Übung ist ein Ausfallschritt. Für das nehmen wir ein Bein hinten aufs Sofa, kommen die Voren tief und schauen, dass das Knie über dem Fussgelenk bleibt. Auch hier 20 Wiederholungen pro Seite. Als nächstes machen wir Tipps, die sind super für unsere Trizeps. Wir stellen die Hände schulterbreit auf, kommen in die Stütze, schauen, dass die Ellbogen nach hinten tief gehen, schauen, dass der Bauch aktiviert bleibt und auch hier 20 Wiederholungen. Die letzte Übung ist super für den ganzen Körper. Für das brauchen wir ganz normale Kochelümpen. Wir kommen hoch in die Stütze, setzen die Hände unter die Schulter, laufen zurück, behalten den Kopf in der Verlängerung der Wirbelsäule und rechts, links die Hände verschieben. Auch hier machen wir 20 Wiederholungen. Ich wünsche euch viel Spass beim Nachmachen und bleiben gesund. Und dann bis jetzt zum nächsten Mal. Ich wünsche euch das Sitzung und